herzlich willkommen zurück hier zu life is strange so wir sind auf dem weg auf die toilette auf den bathroom und müssen hier die 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 punkerin retten so so i need a hammer Okay. 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 Huh. Okay. Okay. Ich muss jetzt hier den Raum wieder verlassen. Mhm. Okay, woher hat er gewusst, dass das jetzt ein Fehlalarm ist? So. So. So, dann wollen wir mal mit dem sprechen mit dem Guten. Okay. Okay. Fort Nathan, wir wollen mal die Wahrheit sagen. Mhm. Okay. 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 Wir werden mal hier... So, ein bisschen schneller. Jawohl. Wollen wir mal hier ein bisschen zurückspulen. Jawohl. Wir wollen die Wahrheit jetzt verbergen. Okay. 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 So. Okay. 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 Let's go. Ich habe meine Übungen auf die Toilette gebrochen. Ja, ich könnte ihn rewinden und ihm die Wahrheit erzählen. Als Idiot, besser als ein Idiot da zu stehen. So, wir sind hier im Park, hier Campus. Alle sind jetzt hier draußen. Wir kennen die ganzen Leute ja schon. So, Missing Persons Poster. Neue Infos. So, wenn wir mal ein bisschen fester lesen. Tattoo und Calf of a Dragon. Blond Hair, Ice Hazel. Arcadia Becheris. 5553886020 Ja, ein bisschen auf Englisch ist alles gequatscht. So, hier liegen die übelst viel rum. Was haben wir hier? Okay, wir haben hier jetzt nur nichts Besonderes. Hier noch mehr Steckbriefe. Poster? Somebody really wants to find Rachel Amber. Okay, die wollen unbedingt diese Rachel finden. Miss Grant. Ja, guck mal. Seht ihr die? Seht ihr die Ähnlichkeit? Ja, ja, gut. Die Hautfarbe jetzt vielleicht nicht so. Die Haare auch nicht ganz, ne? Aber das könnte wirklich Cindy aus Marzahn sein. Jo. Look mal hier. Ja. 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 Hi Miss Grant. Excuse me Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Sure. 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 I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our Chief of Security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Jo. It could have helped Rachel. Yes. Das nehmen wir mal. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair minded Max. And we all pray Rachel is found safe and sound. Bless our soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace. Not fear and violence. Hmm. Was nehmen wir jetzt? Wir müssen hier eine Petition unterschreiben, ne? Und ich hab keine Ahnung was wir nehmen wollen. The Native Americans? Ja. The Native Americans? The tribes who were here first. Who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now before I assign you homework with this lecture. Will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Nee, wir unterschreiben da nicht, ne? Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Ja, wird Konsequenzen haben, ist in Ordnung. So. So. Ich, 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 ich. Ach so. Ich, 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 ich. I better read Warren's text before he blows my phone up. Ah. Sorry. Running late. In Sunday. I, I met you by in the lot. My camera will be ready. See you shortly. I hope so. So, Warren ist hier irgendwie... I better get to my dorm and grab that flash drive. Wo soll ich hingehen? Press tap to open the journal. Äh, wo soll ich hingehen? So. Rachel Amber. Ah, ich kann hier noch jede Menge Fotos machen. Warte mal hier. Victoria, Daven, Nathan Objekt, I need to go to my room to get Varen's flash drive Wo is the room? Ah, Brolog Minions die hier gekommen Next This is just not accessed The butterfly, the shot Okay, jetzt bin ich wieder Seite 1 Not all those who wander as lost Money Ah, okay Ich kann hier jede Menge So, ich muss jetzt irgendwo nach Hause gehen Aber wo ist ein Zuhause? Ich hab keine Ahnung Was ist das für ein Freak? Photoalbum Look Look Ich kann mit dem auch sprechen Möchtest du, wenn ich dein cooles Portfolio aussehebe? Mal sehen, ob du es wert bist, Max Du musst eine einfache Frage stellen Wer fotografiert den famellen Fallen Soldaten? Pfff, Eugene Smith Den Namen hab ich schon gehört Ich dachte, ich hab ihn mit Eugene Smith Well, sie waren beide famous war-fotografer-Image Aber du solltest die Unterschiede wissen Good try Wrong answer Okay Sorry, I have to get back to my portfolio No time for amateurs No offense, Max Okay, ich muss mich hier wirklich ziemlich viel merken Was haben wir hier? Signpost I need to go there and grab Warren's flash drive So Left mouse, ach so Um die Schule zu verlassen Also das Schulgelände Okay, hier wird wohl mein Zimmer drin sein Sehr, sehr crazy I need to go to my room and return Warren's flash drive Plate Wollen wir mal hier und take a look drauf schmeißen Prescott dormitory Good lord Nathan's family owns my dorm Okay Dieser Nathan mit der Waffe Wollen wir mal hier sprechen mit der Hi Max What are you reading? What are you reading? Love today or die forever Don't even say anything It's a best seller What to say Good point Now if you'll excuse me Okay, die will wohl nicht mit mir reden Ah, da sitzt die blöde Die blöde Schlampe rum Dann sprechen wir mal mit der Alten Oh look, it's Max Caulfield The selfie hoe of Blackwell What a lame gimmick Even Mark, Mr. Jefferson Falls for your wave hipster bullshit The daguerreion processor You could barely even say that I guess you got your meds filled Hahaha War das alles? Since you know all the answers I guess you have to find another way into the dorm We ain't moving Oh wait, hold that pose So original Don't worry Max I'll put a vintage filter on it Right before I post it All over social medias Now, why don't you go fuck your selfie Oh yes, Victoria I'll get your bony ass out of my way None shall pass Capiche? Okay, die wollen mich also hier nicht reinlassen So, das heißt, ich werde die Leiter hochgehen, ne? So I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel I just want to get Victoria the hell out of the way No Okay, was ist mit dem Sprinkler? I could crank the Sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it Okay, ich könnte jetzt irgendwie Was könnte ich mit dem Sprinkler, jetzt muss ich nochmal lesen I could crank the Sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it Okay, der geht jetzt hier irgendwie rein Oh, ich ahne Böses Äh Ne, doch nicht Der hat aber jetzt hier irgendwie einen Eimer abgestellt Ich muss jetzt nur den, 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 den Dings abschalten Den Sprinkler Wo ist der Sprinkler? Ah, Waterpump Hallo, ich will den benutzen Hm, komisch Denk, Max Rewind and find something Okay, der hat jetzt hier Da hat jetzt hier Hier, da wo der runde Punkt ist, da muss ich irgendwas machen Aber was? Ich bin irgendwie leicht überfragt, ne? Okay Okay I could crank the Sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it None shall pass Capiche? Ich weiß nicht wirklich, was ich gerade hier machen soll Mhm Kann ich hier ein Foto machen? Rachel owes me money, pay up bitch Okay Okay Fliegen Können wir nix machen Das hat was mit dem Farbeimer zu tun Dann gehen wir mal ein Stück zurück Okay Okay Let's see if this works Okay, okay, okay Okay Der geht jetzt da hoch Ja, das könnte funktionieren Ja, komm, stell's, stell's oben hin Das hätte mir auch mal besser einfallen können, ne? Okay, aber so langsam, so langsam checke ich das hier mit den, mit den Sachen Yeah Right under the bucket Okay Du bist so glücklich, dass ich nicht auf uns falle Wir sehen uns so schnell Okay Das heißt So Okay, let's see if this works Do you want none shall pass? Capiche? Irgendwas muss ich machen Okay, ich muss ein bisschen schneller laufen So Schauen wir einfach mal aus What the hell? Are you kidding? Look at that chill, Victoria It's just water Yeah, water on my cashmere Oh yeah, on my cashmere Great I can't even chill on the steps Yeah, yeah Und jetzt geht er mit dem Eimer da hoch Hihihi Jetzt Jetzt check ich das Ganze Ja, und mit dieser tollen Szene Werden wir ja auch mal Gleich den nächsten Cut machen No way No way No fucking way You okay, Victoria? Oh 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 So move your ass Before I drive It worked Don't mess with Max Bitches Ich bin weg Bis zur nächsten Folge Ciao Oh 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 Oh